Hey Internet und YouTube und mein Mäuschen. Na Schnucki, wie geht's? Da sind wir wieder zurück im Liebesnest. Baby. Hasi. Ey, bist du verrückt? Mit einer Faust geht ja noch, aber mit hier so einer Pieke geht ja gar nicht. Ja hallo, ich hab ne Rüstung. Ja toll, meine Mütze ist beschädigt. Ja, ich krieg nen kalten Kopf, hier drin schneit's. So wie mein Herz manchmal beschädigt wird von dir. Deine Mutter ist beschädigt, aber dein Herz doch nicht. Ja, meine Mutter ist schon tot. Aha, ja, hättest du wohl gerne. So, wie geht's unserem neuen Zuwachs Eisprinz? Was, Eisprinz? Ich finde, der sieht aus wie so ein Eisprinz, oder? Wow. Der fühlt sich auch wie ein Eisprinz. Ich mein, ein Frosch in Schnee und Eis ist keine angenehme Gegend. Quantum, was machst du da mit dem Frosch? Was? Wird da rumgekuschelt? Wird er Liebe gemacht? Nee, ich nehm nur seine Chemikalien in mir auf. Ja, ja. Das ist eigentlich Liebe machen. Was anderes ist das eben nicht. Gut, wir brauchen nen Sattel und dafür brauchen wir. Ich hab schon reingeguckt, weil ich bin jemand, ich informiere mich. Ich mach das richtig, ich mach das gut. Ja, ich bin... Ja, es ist eben so. Kann ich ja nix dafür, dass ich... Eine Minute drehen und die Lügen beginnen. Wow. Welche Lügen? Hat nicht lange gedauert. Welche Lügen? Ich hab mich eben im Vorfeld ordnungsgemäß informiert, wie man so einen Sattel macht. Okay. Also, wir brauchen Holz, Fiber und Heid. Ja, Fiber. Süß. Heid. Und... Ich glaub Holz fehlt, oder? Kann das sein? Nee, reicht. Großer Gott, wir haben Holzmangel. Quantum, wir brauchen mehr Holz. Das ist heute deine Mission. Was ist meine Mission? Ich hab keine Mission in mir. Wieso hast du keine Mission? Oh, Essen ist noch hier? Gut, gut, gut. Naja, Essen haben wir, glaub ich, jetzt ein Leben lang ohne Ende. Naja, übertreibt mal nicht hier. Naja. Soll ich noch mehr Benzin herstellen? Haben wir jetzt echt kein Holz, oder was? Nee, Holz ist gerade ein bisschen knapp. Doch, dieser Vogel... Deswegen müssen wir umbauen, das ist einfach zu viel. Wir brauchen draußen irgendwas für die Viecher. Ja. Ich würde sagen, wir... Kann ja nicht so weitergehen, dass die im gleichen Bett schlafen. Haben wir noch Flint? Ist Flint auch leer? Das kann's ja wohl nicht sein, dass hier alles leer ist. Da ist man mal eine Woche weg. Hat hier so eine Haushälterin aus Mexiko und die plündert. Ich will ja nix sagen, Quantum, aber so ist es eben. Oh mein Gott, jetzt geht es wieder los. Ja, die Frau klaut. Ich hab gesagt, engagiere jemand anderes. Ich trau der Putze nicht. Ja, die Deutsche hat Geld gestohlen. Ja, lieber Geld als mein Schrank. So, brauchen wir Essen? Wo ist denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, weiß ich. So, hier ist einmal reingehauen. Und jetzt... Mein kleiner Prinz. Wow. Der Sattel ist ja größer als der Frosch. Ich dachte, wir haben kein Holz. Naja, wir haben auch keins mehr. Wir brauchen Neues, klar. Boah, ist der cool. Boah, wie er rumspringt. Nimmt er weniger Fallschaden? Guck ihn dir an. Woooo! Holy shit. Wow. Wow. Zum Mond fliegen. Boah, richtig geil. Guck dir das an. Hey, hey, hey. Gib mir einen Kuss. Na komm. Zier dich nicht. Nicht, wenn du drauf sitzt. Na los, los, los. Boah, das macht richtig Laune. Willst du auch einen? Ja, jetzt schon irgendwo, oder? Ja, was macht er jetzt? Naja, wenn ich jetzt Insekten jagen gehe, die wir hier nicht haben, dann kann ich daraus, wenn ich sie verspeise, direkt Zementpaste machen. Das ist die längste Zunge, die ich je gesehen habe. Ich find's cool. Go, Eisprinz. Schaden macht er keinen. Er betäubt das sie nicht? Ich glaub ja, oder? Macht er nicht irgendwie die Viecher high? Wow. Der fällt einfach nicht um. Treff ich den überhaupt? Das ist Level 1. Oder leck ich daneben? Bist nicht so geübt mit der Zunge, hm? Ne, ist für mich neu. Okay, okay, ich hab ihn. Oh, wow. Leck, 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 leck. Ich lecke ewig daran. Naja. Aber schon cool, oder? Ja, okay, der Sprung ist... Wow, okay. Wow. Holy shit. Also damit ist man wirklich flott unterwegs. Wow. Ey, jetzt. Quantum, wo bist du hin? Quantum. Er ist einfach in den Vulkan gesprungen. Ah, hier drüben. Nun, ja. Tschüss. Tschüss. Froschgang. So, wo sollen wir das jetzt für die Viecher bauen? Ich weiß nicht. Wo würdest du dann vorschlagen? Wollen wir hier direkt bauen? Oder wollen wir vielleicht hier was hinsetzen? Guck mal hier. Hier oben ist so eine schöne gerade Fläche. Geht weg? Nee, nee. Gleich daneben hier irgendwie. Na, aber das sind doch irgendwie die Atmosphäre der Höhle. Ich weiß nicht. Wenn wir hier direkt vor der Tür irgendwas hinsetzen, ich finde das ein bisschen zu... zu viel. Ich würde hier hinsetzen. Und ich würde vielleicht sogar mit einem großen Gate arbeiten, damit wir das Mammut und so einsperren können. Na, das Mammut lebt schon noch. Ja, aber was ist, wenn wir den Giganto haben? Ich weiß ja gar nicht, wie groß der ist. Ich habe ihn ja noch nie gesehen. Ich kenne nur die Legende. Die Mythen. Okay, der Frosch kann nicht besonders viel tragen. Alles klar. Also wirklich irgendwie Sachen mit dem holen ist auch nicht drin. Warum bin ich schon wieder... Achso. 50.000 Steine. Also, Foundations, oder was? Wir bauen noch Stein oder Holz? Stein wäre besser. Ein T-Rex kommt, alles ist kaputt. Ich würde lieber Stein. Ja, aber unser Ding ist ja auch was. Achso. Ja, deswegen. Ein T-Rex und wir haben alles verloren. Deswegen. Das macht den Tod. Ja, aber ein Mammut kann auch Holz zerstören. Ganz easy. Im Grunde jedes Vieh. Selbst der Wolf kann ganz easy Holz entholzen. Und hier rennen ziemlich viele T-Rex-Viecher rum. Und du willst auch in Ruhe und entspannt deine Tiere betreuen können, oder? Deine Deine Quantum-Tierkinder-Grippe. Du, so wichtig ist mir das auch nicht, ja? Ich weiß doch, wie du in meinen Tränen ausbrichst. Hey, ich will das nicht nochmal erleben. Das war schon eine sehr heftige Erfahrung für mich. So großen, starken, haarigen Mannwein zu sehen. Ja, du warst ganz nass dann. Ja, ich war sehr nass. Es ging durch und durch, diese nassen, großen Tränen. Okay, so keine Details jetzt. Hätte ich das gewusst, ich hätte eine Regenjacke angezogen. Ist ja gut. Alright. Ja, es ist schon, als würdest du halt einem kleinen Kind einen Lutscher wegnehmen. Schon irgendwie witzig. Perfide, aber witzig. Wir brauchen noch mehr Munition. Ah, wir brauchen mehr von allem. Wir brauchen mehr Drogen. Ah, das ist wieder Arbeit hier. Wo ist denn der Frosch? Hast du den Frosch? Nee. Ah, nee, der ist hier. Ach so, der folgt mir jetzt. Der folgt dir? Wirklich? Ah ja, stimmt. Stimmt, was gut für ihn ist. So, Frosch. Der ist ein Herz, Dennis. In kalten Nächten will ich an dir lecken. Aber wie gesagt, der kann nicht besonders viel tragen. Den müsste man erstmal leveln. Wo ist denn jetzt meine... Wo sind meine Sachen? Oh no, 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 no. Wir bauen auch Stein und Flint. Wir haben gar nichts mehr. Die ganzen heftigen Abenteuer, die wir erlebt haben, die haben auch ziemlich viel Kraft und Nerven und Ressourcen gekostet. Ach, wieso fällt mir Wood? Ach so, ich kann das nicht von dem Vieh nehmen. Schade. Ich kann das austricksen. Moment, ich brauche ein bisschen Wood. Die ganze Arbeit für zwei Stone Foundations. Na ja, na klar. No. Jetzt geht es wieder los. Oh, und jetzt geht wieder Satch los. Boah, ich friere gerade hier mega heftig. Sind die Winter hier noch kälter geworden? Ich habe doch die volle Montur an. Wieso bin ich so unterkühlt? Und ich habe Hunger. Ah, das Leben hier draußen ist wirklich rau und hart und grausam. Wenn man mit dir zusammen hier ist. Was soll denn das immer? Ja, ich sage nur, wie es ist. Ich meine, wir müssen... Wie ist was? Mal die Dinge beim Namen nennen. Meine Wärme, meine Zuneigung, meine Liebe. All das willst du missen? Ja. Das glaube ich hier nicht. Ich habe schon bessere Sachen erlebt. Wann? Vor wie vielen hundert Jahren waren das? Damals, als noch alles neu war. Für dich war nie irgendwas neu. Jetzt ist unsere Liebe so kalt wie der Winter hier. Hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Du kümmerst dich nicht drum. Du arbeitest nicht für unsere Beziehungen. Du machst... Du überraschst mich nicht beim Strapsen. So wie früher. Wow. Wow. Ja, es ist... Ich meine, ich dachte, wir sollten darüber reden, aber... Ja, aber doch nicht so. Bei dir muss immer alles gleich so in eine... ...ganz merkwürdige Richtung gehen. Na ja. Du bist einfach nicht feinfühlig. Das finde ich nicht merkwürdig. Nee, du bist einfach so ein... ...so ein unfeinfühliger Mensch. Ich sage nur, was du früher getan hast. Dass dich deine Beine rasiert und alles. Jetzt? Ich habe nie. Nie meine Beine rasiert. Nie. Na gut, dann hast du einfach keine Haare. Aber... Nein. Meine Beine sind haarig-affengleich. Ja? Okay. Ich weiß nicht. Du hast irgendjemand anderes gerade in... ...in deinen Perversion. Na gut, das könnte auch sein. Wahrscheinlich hören wir gleich wieder irgendwelche... ...liebesgeständnisse an Heidi Klum. Heidi hat sich noch immer nicht gemeldet. Ja, wieso auch? Ich meine, keine Videos, keine Kohle. Keine Kohle? Da kommen keine Frauen. Ja. So ist das eben. Das ist wahr, aber... Ich habe gehofft, es gibt auch noch andere da draußen. Tja, diese ganzen Nachrichten, die gehen alle an mich... ...und ich leite die eben nie weiter. Das ist wahr. War die Heidi dabei? Nee, Heidi war nicht dabei. Sonst irgendjemand? Fangirls. Das ist halt ganz viele. Du hast wirklich so viele Fangirls. Aber ich muss dich schützen. Ich will nicht, dass du hier einen auf Lord Abaddon... ...machst, weißt du? Wer? Dieser Typ, dieser Langhaarige, der mal... ...böse in die Scheiße gegriffen hat. Ich habe keine Ahnung. Vor 50 Jahren gab es da mal so einen YouTuber. Das hier hat mir niemanden. Nee, heute nicht mehr. Wahrscheinlich kennt den auch niemand mehr, wenn wir den jetzt hier erwähnen. Also... Ich will gar nicht wissen, was der gemacht hat, okay? Im Internet... Na, soll ich die Geschichte nochmal erzählen für alle da draußen? Nein, bitte nicht. Ich will nichts über andere YouTuber hören. Okay. Okay. Keine Geschichten. Auch keine Niederlagen. Ich meine... Das ist ja keine Erfolgsgeschichte. Eher eine traurige. Eigentlich ein modernes Märchen. Nee. Auf jeden Fall will ich dich halt schützen. Weißt du, ich mache das nur wie... ...wie eine liebende Mutter. Ich... ...bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt noch weiterhören möchte. Nee, ich meine es nur gut. Stone... ...Ein Stone fehlt. Geht mir genauso. Ich muss hier gerade Munition und sowas machen. Und dann muss ich Bären farmen. Glaub mir, mein Leben... ...ist nicht schön. Echt. Während du... ...nach dieser Aufnahme wieder in deinen Pool zurückgleiten kannst... ...muss ich weiterarbeiten. Ja klar, zuerst sagst du noch... ...ja, du bekommst alle Nachrichten und Dinge. Naja, ich bin ja auch sowas wie deine Tippse mittlerweile. Meine Sekretärin? Ja, so fühle ich mich. Bitte, Herr Kistro, richten Sie Quantum aus... ...dass die heutige Folge Happy Wheels sehr amüsant war. Aber was ist mit Fallout 4? Dankeschön. Hochachtungsvoll. Ein wütender Abonnent. Ja. Und das 30 Mal am Tag. Ich weiß nicht, warum du dir das so zu Herzen nimmst. Weil einer muss es ja machen. Doch, dass einer wenigstens Kommentare bekommt. Ich bin wie der Weihnachtsmann, weißt du? Ich lese all eure Briefe und versuche, die Briefe dann auch zu realisieren, indem ich sie an Quantum, wenn es denn möglich ist, überreiche. Oh, boah, ich bin dauernd überlastet. Ich bleib aus hier, das ist so mühsam. Ah, warte mal, hier muss ich teilen. Boah, ich bin auch dauernd überlastet. Aber, schwupps, funktioniert's. Okay, wir haben jede Menge Benzin. Also Benzin wird uns niemals ausgehen. Go closer. Ah, fucking Marmott. Natürlich, Kenwood jetzt. Und wir haben jede Menge Zement und Gunpowder. Ja, das bringt uns jetzt nix beim Bau des, äh... Ja, aber vergiss doch nicht. Wir brauchen später Gunpowder und Zement und den ganzen anderen Scheiß, um genügend Kugeln herzustellen. um Giganotosaurus dahin zu raffen. Das ist unser Ziel, oder nicht? Und du hast das Ziel. Ja, aber du doch auch. Mich kümmert der überhaupt nicht. Das glaube ich hier nicht. Absolut keine Gefühle dafür. Ich wette, ich wette, wenn wir ihn haben, du wirst ihn die ganze Zeit reiten. Und nicht auf die... Du weißt schon was. Ja, ah, wer fängt ihn jetzt schon wieder an? Wer fängt ihn jetzt schon wieder an? Ich wollte nur sagen, wie es ist. Wahrheiten kann man eben nicht zurückhalten. Ich wünschte, es wäre anders. Komm, erwähn doch das Wort. Du willst doch das Wort erwähnen. Was für ein Wort? P? Du willst das eine Wort. Mit P. Pervers? Nee. Es steht im YouTube-Handbuch. Ach, äh... Für Steigerung der Umsatzzahlen. Ah, okay. Also wollen wir das wirklich... Sollen wir das irgendwie dann in den Titel noch einbauen? Ist das erlaubt? Na klar. Wenn andere das dürfen, dürfen wir es auch. Sobald es einer macht, ist es offiziell erlaubt. Ach so, okay. Nur einer muss halt erstmal die Lanze brechen. Ey, sag mal, kann es sein, dass die Mammuts ein überarbeitetes Fell haben? Das sieht anders aus. Siehst du das? Nee. Doch, es ist felliger. Zumindest bei mir. Ich glaube nicht. Doch, natürlich. Die hatten so ein glattes Fell. Die haben irgendwas gemacht. Die sind felliger, die Tiere. Ja, ist okay. Die sind wirklich felliger. Schau sie dir doch an. Achtung. Frosch gegen Mammuts. Wer gewinnt? Was habe ich denn hier alles drinnen? Wie kann ich... Weg damit, weg damit. Ich habe einen Sattel drinnen. Warum habe ich einen Sattel drinnen? Wow. Der Frosch kann ja wirklich... Also kämpfen kann das Vieh überhaupt gar nicht. Ist nur Deko. Ein Frosch ist wirklich nur Deko. Jetzt war auch noch unnötig. Okay. Alles weg. So. Hey! Komm nicht aus der Höhle! Ich werde hier gejagt von einem wütenden Killer-Mammut. Unbesiegbar. Friss meine Zunge. Was macht sich Manfred draußen? Oh shit, ich schaffe den nicht. Quenny, hilf mir. Wo ist denn jetzt? Quenny! Was ist denn? Töte das Mammut! Das tut dir doch gar nichts. Doch! Raserei! Ja, Manfred steht im Weg! Ja! Was soll ich denn machen? Ich kann mich nicht mehr bewegen! Was, 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 was? Manfred, ja, ist wohl... Ein Held! Erinnern wir uns zurück, was er alles für uns getan hat. Okay, ich erinnere mich... Fertig! Alle Erinnerungen aufgebraucht. Oh shit, ich häng irgendwie... No! Quantum, mach es tot! Oder ich bin tot! Boah, meine Güte, ich häng dir am Felsen fest. Und komm nicht raus. Oh, sehr gut. Da war Level 41, das. Ah, das war ein ganz schönes Biest. Okay, wir brauchen mehr Schaden. Ah, wir hatten mal wieder das Leben gerettet. Mit Lebensenergie. Ah, okay, okay, okay. Punkt für dich. Zum ersten Mal. Schreib's in deine Geschichte. Level, level, level kriegt er hier. So. Ich muss meinen Frosch hier ein bisschen trainieren und skillen. Ich schlecke hier das Fleisch... Ein Wut! ...und das Fell raus. Jetzt... Sag mal... Bist du irgendwie... ...nicht belastet oder so? Es macht ihr wirklich. Nein, es macht ihr wirklich. Es schleckt hier gerade. Also, ich würde dir... Was kann ich denn dafür, wenn der Frosch dir was macht? Kies, bevor wir aufnehmen, würde ich dir empfehlen, auf irgendeine Webseite deiner bevorzugten... ...Ding zu gehen. Dieser Frosch, ja. Und kurz fünf Minuten lang dich zu beruhigen. Und dann nehmen wir auf in Zukunft. Wie wär's damit? Dieser Frosch, ja, schlägt Fell und Fleisch aus seinen Gegnern heraus. So, da gibt's so viele Webseiten. Ich kann doch nichts dafür, dass dieser Frosch so gestört ist. Kann ich doch nichts für. Okay, Quantum, jetzt bin ich bereit aufzunehmen. Fühl mich besser. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich sag hier nur... Das ist ja alles, was du da rein interpretierst. Ich sag Schlecken und du sagst Hohoho, Bitches. Ich rück mir so, okay. Hohoho. Ja, ich mein... Eislecken ist bei dir wahrscheinlich auch verboten. Die Kombination aus den beiden Wörtern. Ich kann ja nichts dafür, dass dein Verstand... wie von einem 14-Jährigen ist. Ja, ja, ist schon klar. Ja, hörst du mich irgendwelche Perversionen hier ausspeien? Ich hab überhaupt nichts gesagt. Ich sag, der Frosch leckt Fell und Fleisch aus den Gegnern heraus. Er hört nicht auf. Jetzt ist es wirklich schön, das Wort lecken. Echt? Da kriegst du schon irgendwie einen Anfall? Du machst das doch absichtlich. Wieso? Er schlägt eben. Das ist ein Frosch. Ja, das kann man einmal erwähnen und dann ist gut. Wir wissen, dass der Frosch leckt und schlägt. Ja, aber du musst immer so eine Riesensache daraus machen. Du redest doch permanent davon. Ja, weil ich gerade sehr stolz bin darauf, dass mein Frosch eben so fähig ist. Das sind sowas wie Vaterfreunden. Ja? Und die darf ich ja wohl haben. Da hab ich ein Recht drauf. Hab ich ein Level-Up? Hab ich ein Level-Up. Kann ich denn auch vielleicht irgendwelche Beeren schlecken? Nein. Nein. Ja, jetzt geht das down. Warte, ist das nicht immer so mühsam? Ja. Und wir spielen hier mit einem Server, der mal sechs alles hier gibt. Oder mal acht sogar. Ich weiß es gar nicht. Also kannst du dir vorstellen, wie mühsam das wirklich wäre. Normalerweise wären wir bei ungefähr 100 Folgen für die Höhle, die wir jetzt haben. Aber ich glaube, ich... Ich hätte alles in Gewicht hier reintun sollen. Charakter. Hab ich. Wie viel hast du? Äh... 250. Ja, gut. Ich hab 200. Ja, es macht schon was aus. Ja, 50. Mathematisch gesehen. Ja, es macht schon was aus. Ja. Ja. Ja, 50. Ja, 50. Meine Güte. Zieh endlich mal hier deinen Tampon raus und entspann dich. Ich bin entspannt. Du bist hier völlig... Nein. Nein. Dir, dir, dir läuft schon mal den Ohren raus. Ja. Der Druck. Weil du hier schon wieder irgendwelche Sülze von dir hergibst. 20 Minuten. Moment. Ich bin noch nicht fertig. Nur Schlecken. 22. Wie heißt die Folge? Schlecken? Schlecken. Oder Eifersucht. Denn langsam kann ich nur das aus deinen Worten rausinterpretieren. Eifersucht? Ja, anscheinend schon. Auf was? Auf was denn? Auf wen? Ja, auf den Frosch. Und auf seine... Auf wen? Auf den Frosch eifersüchtig. Anscheinend schon. Ich meine, deine Obsession irgendwie in das Ganze ist schon ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin wieder zu Hause. Und was haben wir jetzt gebaut? Wie? Wir machen... ...Fundations. Und Dings und... Das, ne? Der Frosch ist echt ab und zu ein bisschen schwierig zu lenken. Moment, ich will jetzt noch ein paar Kugeln hier zusammen schustern. Warum machst du das hier an? Oh shit, stecke fest. Ne, wollte ich nicht. Ach, hier haben wir ja gar keine... Wir haben ja gar keine Drogen mehr. Wir brauchen unbedingt Drogen. Das auch noch. Tun, tun, tun. Aber ich gehe jetzt... Wohin? Zurück in den Pool? Ja. Na gut. Ihr habt es gehört. Der Mann ist grantig, weil... Ich bin überhaupt nicht grantig. Na, ich weiß nicht. Keine Sorge, Eisprinz. Nein, du bist nicht dran schuld. Jetzt... Weil du das jetzt erwähnt hast, weil wir da... Andere sagen, ja, merkt man gleich. Kies, jetzt wo du es erwähnt hast. Ja, aber wo gehen diese Nachrichten hin? Richtig, an mich. Ja, dafür kann ja ich nichts dafür. Werd erwachsen. Lebt damit. Lebt damit. Du bist der Entertainer. Entertainer. Du bist der Weihnachtsmann, meine ich. Der Entertainer für die Kids. Ja, ja, schön wär's. Und die Kids sind halt manchmal etwas, etwas Wissen auch. Es gibt auch Beschwerden, dass wir unsere Zuseher auf Fünfjährige runter dekradieren. Einer hat geschrieben, ich bin aber schon neun und ich will auch so behandelt werden. Also, kleiner Daniel, neun Jahre. Wir behandeln nicht so. Es tut uns leid. Es tut uns leid, wirklich. Gut. Sesamstraße reloaded. Kleiner Tipp von mir an euch da draußen. Könnt ihr mal anschauen. Ey! Du kennst echt nicht deine Grenzen. Du bist frech. Richtig frech. Jetzt hör auf. Deswegen darfst du heute unten bei den Tieren schlafen. Nee. Komm, guck hier. Du hast gar keine Chance gegen meine. Oh nein. Ja, hier unten ist eh super. Nein, ja. Vor allem meine Ruhe und so weiter. Da sammelt sich der ganze Mief. Wie soll das? Du kannst bei den Maschinen da oben. Ja, guck doch mal. Du schläfst direkt neben so einem Kack-Generator. Ja, schön warm. Ich kann auch hier hinten. Hier ist auch super. Da liegt schon dein Vorgänger. Hier. Kann man eigentlich den Stein hier abarbeiten? Der hier? Der hat sich... Nee. Der hier? Nee. Der hatte die Schnauze fallen. Denkst du? Gut. Die Folge ist vorbei, Quantum. Die Folge ist jetzt einfach mal vorbei. Geh da hinten in deine Schnee-Ecke. Und ich, ich lege mich... dahin, wo... echte Helden... schlafen dürfen. Und, hast du deine Ecke gefunden? Ja. Bin hier. Gut. Danke fürs Zusehen. Gute Nacht. Und... Tschüss. Tschüss.